Hallo zusammen, herzlich willkommen zum heutigen Video. In dem heutigen Video geht es um das Bohren von Metallen. Ich habe euch bereits ein Video gemacht zum Bohren allgemein und Bohren von Holz. Das Video habe ich euch oben auf dem i auch noch mal verlinkt. Heute geht es jetzt um das Bohren von Metallen. Denn bei Metallen gibt es ein paar Besonderheiten, auf die wir einfach Acht geben müssen. Als allererstes, welche Art von Bohrer verwenden wir denn hier? Wir verwenden einen sogenannten Universalbohrer. Habe ich euch auch in dem Video, was ich euch gerade verlinkt hatte, vorgestellt. Mit dem Bohrer können wir letztendlich alles bohren, unter anderem auch Metalle. Wichtig, dass es ein HSS Bohrer ist, also ein High Speed Steel Bohrer. Die sind einfach sehr standhaft und sehr gut. Mit denen kann ich relativ lang und auch vor allem sauber bohren. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Metall. In dem Fall habe ich mich für einen Aluminiumblock entschieden. Da man Aluminium sehr gut und relativ einfach bearbeiten kann, werden wir auch im Unterricht hauptsächlich mit Aluminium arbeiten. Die Eigenschaften von Metallen und Allgemeinmetalle, dazu mache ich euch auch noch ein Video. Verlinke ich euch dann auch hier oben auf dem i. Als allererstes muss ich bei meinem Metall jetzt erstmal anzeichnen, wo ich bohren möchte. Um anzuzeichnen, wo ich bohren möchte, verwende ich jetzt keinen Bleistift oder keinen Filzstift. Kann man auch machen, wird aber meistens nicht ganz so sauber und verwischt gerne, sondern ich verwende eine sogenannte Anreißnadel. Mit der kann ich leicht in das Metall reinritzen und die Stellen mir markieren, wo ich das Ganze machen möchte. Das mache ich jetzt mal bei diesem Metallklotz und zeige euch dann gleich, wie es weitergeht. Ich habe das Metallstück jetzt angezeichnet, habe ich euch hier oben noch mal ein Foto auch davon hingemacht. So sieht das Ganze jetzt aus und jetzt muss ich damit weiter arbeiten. Bei Holz gehe ich jetzt hin und nehme einen Vorstecher und drücke da leicht rein. Wenn ich mit einem Vorstecher auf Metall drücke, passiert da gar nichts. Deswegen mache ich bei Metall ein bisschen was anderes. Dort körne ich das Ganze. Wie Körnen funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass bei uns bei den Schraubstücken hinten immer so eine kleine Platte ist. Die brauche ich jetzt. Die kann ich jetzt verwenden. An anderen Schulen oder bei manchen Werkstätten nimmt man irgendeine andere Unterlage. Wichtig ist, dass die wirklich sehr stabil ist und auch hart ist. Dort lege ich jetzt mein angezeichnetes Werkstück drauf, nehme meinen Körner und setze den mittig mit der Spitze auf meinen angezeichneten Punkt. Jetzt kommt mein Hammer zum Einsatz. Wenn ich jetzt nur drücken würde, wird nichts passieren. Ich mache einen sauberen Schlag hier drauf und habe dann nachher hier meinen angekörnten Punkt. Hier habe ich jetzt ein kleines Löchchen. Das hilft mir jetzt dabei, dass mein Bohrer gleich nicht mehr so arg verrutscht und sauber die Mitte trifft. Dann kommen wir jetzt zum Bohren. Wir haben jetzt alles vorbereitet. Wir haben das Ganze angezeichnet. Wir haben es gekörnt und jetzt kommen wir zum Bohren. Genau wie beim Holz auch. Ich lege ein Holzstück drunter, damit, falls mein Bohrer rausfällt, dieser nicht auf das Metall fällt und spanne meinen Bohrer ein in meine Bohrmaschine und kontrolliere, ob er gerade läuft. Diese Schritte mache ich immer gleich. Auch die Kontrolle mit meinem Schutzmaterial. Auch das habe ich bereits gemacht. Ich habe nichts, was absteht. Ich habe keine langen Haare und eine Schutzbrille habe ich mir auch schon besorgt. Das heißt, ich habe hier eigentlich schon alles vorbereitet. Das Holzstück kann ich weglegen. Mein Metallstück spanne ich schon einmal ein und lege es mir schon mal bereit hin. Wichtig, beim Bohren von Metallen wird der Bohrer und auch das Metall extrem heiß. Damit weder mein Werkstück noch mein Bohrer kaputt geht, muss ich das Ganze kühlen, vor allem wenn ich dicke Stücke und viel bohre. Für ein kleines Metallteil oder keine so tiefe Bohrung brauche ich meistens keine Kühlung. Wenn ich aber viel bohre und vor allem tief bohre, dann macht eine Kühlung Sinn. Manche Bohrmaschinen, vor allem im Metallbereich, wenn ihr in die Industrie geht, haben automatische Kühlung drin. Wir verwenden hier einfach ein Spray. Da gibt es entweder spezielle Kühlsprays auch für oder wir nehmen hier einfach ein spezielles Ölspray oder auch Reinigungsspray. Meistens sind es dann Griechöle, die man dann verwenden kann, um das Ganze einfach ein bisschen runter zu kühlen. Das ist wichtig, vor allem bei großen, bei tiefen Löchern. Fragt euren Lehrer, wenn ihr euch nicht sicher seid, der gibt euch dann dementsprechend so ein Spray oder irgendwas anderes. Oder er sagt euch vielleicht, naja, bei den kleinen Löchern, die wir machen, die nicht so tief sind, brauchen wir das Ganze nicht. Auch das ist durchaus möglich. Als nächstes müssen wir jetzt noch die Drehzahl bestimmen. Das heißt, wie schnell darf der Bohrer sich drehen? Da gucken wir wieder auf die Liste. Habe ich euch ja bereits im ersten Video zum Bereich Bohren erklärt. Machen wir jetzt gerade noch mal gemeinsam. Hier haben wir jetzt wieder die Liste. Ich habe mir einen 5 mm Bohrer genommen und ich bohre in Aluminium. Das heißt, ich kann 3.500 Umdrehungen einstellen. Unsere Bohrmaschine kann jetzt nur 3.000 Umdrehungen. In dem Fall stelle ich dann auch eben die 3.000 Umdrehungen ein. Also kann ich hier hochstellen auf die maximale Drehzahl, 3.000 Umdrehungen und kann dann gleich anfangen mit Bohren. Wichtig, wirklich ganz wichtig, auf jeden Fall Schutzbrille aufsetzen. Dann peile ich hier schon mal an. Das ist bei Metallen auch sehr wichtig. Starte den Bohrer und warte, bis er seine maximale Drehzahl erreicht hat und beginne zu bohren. Ihr seht, hier entstehen sehr viele Späne. Ab und zu mal noch ein bisschen Kühlung dazu. Diese Späne sind wirklich gefährlich. Wenn die in euer Gesicht kommen oder irgendwo an den Händen hängen bleiben, dann könnt ihr euch da ziemlich stark dran schneiden oder eben verbrennen, weil die sehr heiß werden. Ihr habt gesehen vielleicht, was ich gemacht habe. Ich bin immer wieder mit dem Bohrer rein und wieder ein Stück raus. Das muss ich beim Bohren von Metallen oft machen, damit diese Späne nicht zu lange werden. Wichtig, auf keinen Fall mit den Fingern irgendwie dran rumspielen, sondern mit einem Pinsel das Ganze dann entweder wegmachen oder eben rausgehen, ausmachen und dann die Sachen entfernen. Ich habe es jetzt zwischendrin auch noch mal ein bisschen gekühlt, weil das Werkstück jetzt doch sehr heiß geworden ist und wir sehen jetzt auch hier sehr viele kleine Späne und auf der Rückseite auch hier diesen Durchbruch. Das muss jetzt noch nachbearbeitet werden. Wie beim Holzsitz auch, könnte ich mit der Maschine das Ganze noch mal senken. Macht man meistens aber nicht, sondern man nimmt hier auf jeden Fall mal einen Handsenker. Mit dem Handsenker kann ich dasselbe machen wie mit der Maschine, indem ich hier drüber fahre mit meinem Handsenker kann ich hier die Kanten, man sagt dazu brechen. Hier geht man jetzt auch nicht zu tief rein, sondern hier geht ist jetzt wirklich darum, einfach nur die Kanten sauber zu machen von meiner Bohrung. Jetzt habe ich eine saubere Bohrung und mit der kann man dann weiterarbeiten. Beim Aufräumen hier bitte immer vorsichtig sein, weil wie schon mal erwähnt, diese Späne sind sehr scharfkantig, dass man sich dabei nicht verletzt. Dann kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Beim Bohren von Metallen verwenden wir einen Universalbohrer. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da verwenden wir keinen anderen Bohrer, sondern da verwenden wir den Universalbohrer. Die Drehzahl ist anders wie beim Holz. Da auf jeden Fall nachschauen. Den Bereich Sicherheit und Einspannen ist letztendlich aber genau dasselbe. Schaut euch dazu noch mal das Video an, was ich euch ganz am Anfang verlinkt habe. Wenn ich was anzeichen will, auf einem Metallstück, dann verwende ich dafür eine Anreißnadel. Anders wie bei Holz, wo ich es mit einem Bleistift anzeichnen kann, verwende ich hier eine Anreißnadel. Ich steche hier auch nicht nur vor, sondern ich verwende einen Körner und einen Hammer und mache damit wirklich nur ein kleines Loch rein. Das heißt auch nur einmal sauber draufhauen, nicht drei-, viermal leicht, sondern einmal draufhauen. Das reicht im Normalfall. Beim Bohren gibt es jetzt noch ein paar Sachen, die man auf jeden Fall beachten muss. Einmal das Metall und der Bohrer werden heiß. Wenn ich mehrere Löcher mache oder vor allem sehr dickes Material durchbohre, muss ich es auf jeden Fall kühlen. Dazu kann ich Öl nehmen, um das Ganze so ein bisschen draufsprühen. Entweder extern mit einer Sprühdose oder manchmal haben Maschinen auch automatisch eine Kühlung drin. Wird es aber in der Schule eher weniger geben. Fragt da euren Lehrer, eure Lehrerin, ob ihr das braucht und wenn ja, bekommt ihr was von denen. Der zweite Punkt. Die Späne, die beim Bohren von Metall entstehen, sind oft sehr, sehr scharfkantig und oft auch sehr lang. Um das zu verhindern, dass ich extrem lange Späne kriege, gehe ich mit meinem Bohrer immer wieder rein und wieder raus aus meinem Bohrloch. Da reicht immer ein kleines Stück, um diese Späne, man sagt dazu, zu brechen. Da immer vorsichtig, niemals mit den Fingern an diese Späne direkt dran gehen, weil die euch wirklich verletzen können, sondern macht die am Ende mit einem Pinsel einfach weg. Am Ende, auch wenn ihr es gekühlt habt, kann euer Werkstück sehr heiß sein. Das heißt, macht langsam mit dem Ausspannen. Und wenn ihr dann fertig seid mit dem Bohren, dann nehmt ihr euch einen Handsenker, geht theoretisch aber auch mit der Maschine und senkt wirklich nur ganz leicht oben die Kanten an, um den Grat, also die scharf entstehenden Reste von der Bohrung, sauber zu machen, damit man sich da nicht mehr dran verletzen kann. Seid beim Bohren von Metall wirklich sehr vorsichtig. Wie gesagt, die Späne sind sehr scharfkantig und zeitgleich teilweise auch noch heiß. Schlechte Kombination, wenn es auf die Haut kommt oder sogar ins Auge. Das wäre ganz, ganz gefährlich. Das heißt, hier auf jeden Fall immer eine Schutzbrille auch tragen. Das war's zum Bereich Bohren von Metallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt was gelernt. Hier drüben habe ich jetzt noch zwei Videos von mir verlinkt zum Thema Bohren. Oben einmal das Allgemeinbohren und das Bohren von Holz und unten einmal das Bohren von Kunststoffen. Hier drüben kommt ihr direkt zu meinem Kanal, wo es noch weitere Videos gibt. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.